Ja, warte, ich muss mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Hi, liebe Zebras. Hallo, ich muss noch mal überlegen. Hi, liebe Zebras. Ich hatte in dieser Saison am meisten Gänsehaut im Heimspiel gegen Ingolstadt. Ich glaube, da war alles dabei, von kuriosen Toren bis zu einer überragenden Stimmung von euch. Und deswegen ist das mein Saison-Highlight. Bei welchem Spiel hattet ihr denn am meisten Gänsehaut diese Saison?